Hallo, ich bin Dr. Christian Behren. Ich zeige dir heute die wichtigsten Dehnungsübungen für Rückenschmerzen. Ganz wichtig ist, die Muskulatur muss zuerst vorbereitet werden. Wie das geht und warum das so ist, das habe ich unten in weiteren Videos schon ganz genau erklärt. Also es ist wichtig, dass du die Muskulatur erst elastisch machst durch eine Elastopressur. Das ist die Voraussetzung, damit ein Muskel sich überhaupt dehnen lässt. Wenn das gemacht ist, ist meistens der Rückenschmerz auch schon deutlich besser. Und danach solltest du diese ganz wichtigen Dehnungsübungen machen. Ja, die Sarah hilft mir wieder bei den Übungen. Wir fangen an in Bauchlage. Genau. Also wir fangen unten an mit der Oberschenkelmuskulatur, die wir als wichtigstes dehnen müssen, weil die Oberschenkelmuskulatur ja das Becken nach vorne zieht und dadurch das Hohlkreuz vergrößert. Also, die Sarah hat sich auf den Bauch gelegt. Dann greifen wir nach hinten und müssen einfach beide Beine anziehen und die Oberschenkelmuskulatur vorne dehnen. Die Sarah ist hier sehr, sehr gut gedehnt. Man sieht, dass hier die Ferse schon an das Gesäß kommt. Das ist nicht bei jedem möglich. Die Dehnung sollte für 30 Sekunden so ausgeführt werden. Und danach sollten die Knie gestreckt werden. Für etwa 10 Sekunden, so gut es geht. Aber die Füße hier nicht loslassen dabei. Sarah mal bitte die Knie strecken. Und wir sehen, dass wenn sie die Knie gestreckt, dann geht es hier leicht nach oben. Genau. Aber trotzdem die Hände festhalten. Wir wollen nicht das Knie gestreckt haben, sondern wir wollen nur den Muskel angespannt haben. Das für 10 Sekunden machen, so feste wie es geht. Und dann wieder für 30 Sekunden feste ziehen. Für diejenigen, die schon etwas erfahrener sind oder die noch mehr Dehnung aufbringen wollen, da würde ich empfehlen, etwas hier unter die Knie zu legen. Um die Dehnung zu verstärken, kann man eine Faszienrolle unter die Knie legen. Sarah einmal hier die Faszienrolle unter die Knie. Okay. Und dann ist es aber auch ganz wichtig, die Hüfte vorne auf der Matte zu lassen. Das heißt, während der Dehnung und während der Gegenstreckung immer die Hüfte unten auf der Matte lassen. Die Dehnung machen wir jeweils für 30 Sekunden, dann 10 Sekunden gegendrücken. Und das werden wir insgesamt dreimal wiederholen. Also insgesamt 4 mal 30 Sekunden und 4 mal 10 Sekunden. Okay. Die wichtigste Übung ist die Dehnung des Hüftbeugemuskels, die Psoasdehnung. Und dazu ist es gut, das linke Bein in diesem Fall relativ weit nach vorne zu stellen, sodass es ein bisschen mehr als 90 Grad gebeugt ist. Hier das Knie auflegen und den Fuß auch auflegen. Dann die Hand des hinteren Beins nehmen und hier unten in die Gesäßfalte hineindrücken. Und dann hier vorne die Gesäßfalte nach vorne drücken. Nicht das Gesäß nach vorne drücken, sondern in der Gesäßfalte nach vorne drücken. Und dann möglichst so weit drücken, dass auch das Becken hier leicht zur anderen Seite nach vorne gedreht wird. Den Oberkörper drücken, dabei gerade halten. Und das, was du merken solltest, ist, dass es hier vorne auf der Vorderseite der Hüfte zu einem relativ starken Zug kommt. Ist dieser Zug nicht stark genug, dann musst du einfach noch versuchen, ein bisschen weiter zu drücken, damit hier vorne der Hüftbeugemuskel gedehnt wird. Der Oberkörper kann gerade sein, das spielt eigentlich keine entscheidende Rolle. Wenn du ein bisschen mithelfen möchtest mit dem Oberkörper, dann den Oberkörper noch leicht ein bisschen nach hinten nehmen. Hierbei musst du für 30 Sekunden die Dehnung halten, anschließend dann die Position beibehalten und das Knie ganz feste in den Boden drücken für 10 Sekunden. Und zwar so feste, wie es geht, ohne diese Haltung zu verändern. Das Ganze machen wir insgesamt viermal. Das heißt, jeweils 30 Sekunden die Dehnung halten und dann für 10 Sekunden das Knie ganz feste in den Boden drücken. Durch dieses Drücken des Kniegelenkes in den Boden kommt es zu einer Anspannung des Hüftbeugemuskels und er lässt dann anschließend besser nach, als wenn du diese Gegenübung nicht machst. Für die Dehnung der Rückenmuskulatur hat die Sarah sich jetzt hier hingesetzt, die Beine hier auseinander etwa im 90-Grad-Winkel hier vorne zusammen und jetzt geht eine Hand hier vorne an die Spitze der Füße und die andere Hand geht oben auf den Kopf. Und jetzt zieht die Sarah den Kopf sehr stark nach unten, dass wir hier unten einen runden Rücken haben und es sollte zu einem Zug hier hinten auf der Rückenmuskulatur kommen. Nach einer Dehnung von 30 Sekunden bitte die Ferse ganz feste in den Boden drücken für 10 Sekunden und gleichzeitig den Kopf nach oben drücken. Und zwar nicht einfach den Kopf, sondern die gesamte Rumpfmuskulatur anspannen und nach oben drücken und anschließend dann wieder für 30 Sekunden dehnen. Die Dehnung sollte insgesamt viermal erfolgen und auch der Gegendruck auch viermal 10 Sekunden. Das heißt 30 Sekunden dehnen, 10 Sekunden anspannen und das dreimal wiederholen. Ja und für die Kombinationsübung einer Hüftbeugemuskulatur und der Gesäßmuskulatur kommt noch diese Übung. Dafür, das zeigt die Sarah jetzt mal vor, es ist wichtig ein Bein erstmal nach vorne zu legen und seinen 90 Grad Winkel vor den Körper. Wir fangen also immer mit dem vorderen Bein an. Dieses Bein am besten hier ausrichten, dass es parallel ist zur Matte, zum Mattenrand noch ein bisschen rüber und hier ein 90 Grad Winkel. Und das vordere Bein muss immer erst komplett aufliegen. Das heißt, der Fuß muss aufliegen, das Knie muss aufliegen und das Gesäß muss aufliegen. Und danach können wir das hintere Bein nehmen und nach hinten strecken. Diese Übung ist für viele auch sehr, sehr schwierig. Wir machen eine Dehnung zum einen der Gesäßmuskulatur, der Oberschenkelinnenseite des vorderliegenden Beins und eine Überdehnung der Hüftbeugemuskulatur des nach hinten gestreckten Beins. Das hintere Bein liegt mit dem Knie und dem Fußrücken hier auf. So ist es gut und das, was wir in dieser Dehnung dann machen, ist, dass wir einmal erst in dieser Dehnung bleiben und anschließend dann beide Knie, sowohl dieses Knie wie auch das andere Knie, für 10 Sekunden feste in den Boden drücken. Sarah drückt es mal feste runter und dabei auch ruhig das Gesäßchen ein bisschen nach vorne schieben, dass wir die Dehnung hier etwas verstärken. Wichtig eben bei dieser Übung, erst das vordere Bein komplett auflegen, dann das hintere Bein nach hinten nehmen. Dann jeweils für 30 Sekunden dehnen und für 10 Sekunden die Knie in den Boden drücken. Das darf die Sarahs wieder nachlassen, dann ein bisschen weiter in die Dehnung hineingehen und auch das wiederholen wir jeweils dreimal. Das heißt, jeweils immer für 30 Sekunden dehnen, für 10 Sekunden die Knie in die Matte drücken und das Ganze noch dreimal wiederholen. Das waren die allerwichtigsten Übungen. Vielen Dank, Sarah, für die Rückenschmerzen. Ganz wichtig, wie ich es eingangs gesagt habe, ist allerdings, vorher die Muskulatur elastisch zu machen. Dann lässt der Muskel sich nämlich viel, viel besser dehnen, als wenn man reine Dehnungsübungen macht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an die Sarah. Bis zum nächsten Mal. Dein Stoff-Doc, Dr. Christian Behrendt.